Hallo Leute, ich reagiere heute auf ein Video mit einem Islam-Apologeten, mittlerweile weiß ich, dass es einer ist, der nennt sich Marcel Kras und das Video heißt Ablehnung der Wahrheit. Das Video fängt jetzt leider mitten im Satz an, so dass man nicht genau weiß, worum es hier eigentlich geht, aber er scheint sich bitterlich über irgendetwas zu beschweren und sagt, dieses Unbekannte ist eines der Hauptgründe schlichtweg, sich nicht mit irgendeiner Botschaft zu beschäftigen oder was andere davon abhält, dieses zu tun. Und das ist tatsächlich auch einer der Hauptgründe, warum die Menschen in diesem Land sich so schwer tun, mit dieser Botschaft zu beschäftigen. Und dann springt er irgendwie über auf zwei Gründe. Sind das jetzt weitere Gründe oder sind das dann beides Hauptgründe? Es gibt zwei Gründe, kannst du sagen, warum sie das ablehnen. Du willst mit denen über den Islam reden und zwei sehr große Gründe, warum sie dir nicht zuhören wollen. Sie wollen sich damit nicht beschäftigen. Der eine Grund ist, es gibt Leute, die suchen nach der Wahrheit, aber sie sind abgeschreckt durch das Image. Und jetzt ist es auch nicht mehr nur ein passives sich nicht beschäftigen, sondern jetzt ist es ein aktives Ablehnen. Dafür wird es nochmal wiederholt. Es ist aber jetzt nicht weniger konfus, sondern auch sehr viel konfuser. Also mir scheint, Marcel Krass hat sich da nicht besonders viel Gedanken gemacht und hat sich nicht überlegt, was er eigentlich sagen will und wie er das auf eine Art rüberbringen kann, dass man dem auch folgen kann. Irgendwie scheint er einfach nur ein paar Wörter hintereinander herzusagen und sich zu denken, naja, das muss der Empfänger irgendwie dann von selber verstehen. Naja, also angeblich gibt es Menschen auf der Suche nach der Wahrheit. Was für ein idiotischer Satz. Was für eine Wahrheit. Wovon, worüber, wogegen, was soll das? Also ich glaube, dieser Marcel Krass weiß nicht so recht, was Wahrheit ist und was die Bedeutung des Wortes eigentlich sein kann. Denn Wahrheit bezieht sich auf etwas, was tatsächlich der Fall ist, also mit der Realität übereinstimmt. Wahrheit ist etwas Abstraktes, also kein Objekt. Der Gebrauch des Wortes Wahrheit ist nur sinnvoll in Zusammenhang mit etwas und kann nicht alleine stehen. Man kann so nicht Wahrheit als solches suchen, sondern nur die Wahrheit oder den Wahrheitsgehalt einer Aussage überprüfen oder demonstrieren. Aber nicht die Wahrheit. Dementsprechend kann man nicht die Wahrheit als solches ablehnen, sondern nur eine Aussage, die nicht wahrheitsgetreu ist. Was hier also im Video gesagt wird, ist reichlich absurd. Im zweiten Teil des Satzes wird jetzt das Wort Image vorgebracht. Wahrheit hat aber kein Image. Muslime als allumfassender Begriff für eine Gruppe mit einer gemeinsamen Eigenschaft ist extrem vage und kann kein gemeinschaftliches Image haben. Das ist also auch Blödsinn. Sie hören nur Schlechtes über die Moslems. Ich war tatsächlich früher selber so, also bevor ich Muslim geworden wurde, da Albtraum. Alles, aber kein Muslim werden. Oh mein Gott, diese schrägen Typen da, Kamel reiten durch die Wüste und so weiter, war überhaupt ganz für mich. Naja, hier outet sich dieser Marcel Krass als oberflächlicher Einfallspinsel, der Stereotypen hinterherläuft. Wenn er kein Moslem geworden wurde, nur wegen des Images, dann sagt das nichts Gutes über ihn. Man muss schon sehr einfach gestrickt sein, um alle Muslime über einen Kamm zu scheren und sie als, wie er sagt, schräge Typen zu sehen. Und jetzt nach, ich meine, das ist jetzt gerade mal knapp eine Minute, verlässt der Inhalt des Videos jeden Bezug zu Struktur, Chronologie oder logischen Bezügen. Denn jetzt geht es von Wahrheit suchen zu nicht mal Wahrheit suchen, zum Sterben. Aber es gibt immer mehr Menschen, die machen sich überhaupt gar nicht auf die Suche. Sich interessiert das gar nicht. Und interessanterweise, obwohl jeder Mensch weiß, dass er irgendwann diese Welt verlässt. Ohne Übergang. Wow. Naja, im Gegensatz zu dem mangelnden Wissen bezüglich der diversen Götter und Göttinnen, haben wir zum Sterben eigentlich ganz gute Daten und Fakten. Wir kennen den mangelnden Energiefluss der Zellen und deshalb ist da kein Danach. Wir verlassen auch nicht diese Welt. Es sei denn bei einer Fehlfunktion im All, wo wir langsam von der Erde wegdriften. Wenn jemand sich etwas einbildet, was völlig irrational ist und dann daraufhin sein ganzes Leben auf den Tod ausrichtet, dann kann doch da etwas in dem Gehirn nicht ganz stimmen. Ich muss ja dann morgens aufwachen und sofort an meinen Tod denken, ob ich richtig sterben werde und dann erst die Frage, wie komme ich ins Bad, wobei ich dann in alten Texten nachlese und dann erfahre, wie man todeskonform ins Bad gelangt und was man dabei murmeln muss in einer toten Sprache. Meine Güte, wir Menschen versuchen ja jetzt seit immerhin 300 Jahren unsere Realität zu verstehen. Und deswegen weiß ich jetzt auch, wie ich ins Bad komme, ohne dass mir ein Gott das sagen muss. Was früher durch Aberglauben und hirnlose Rituale geschah, passiert heutzutage durch rationale und verstandbasierte Erkenntnisse. Ein Kind, das einen Zweck sieht, also eine eher teleologische Sichtweise, wird Metaphern oder Märchen erfinden, indem Vögel Menschen auf die Welt bringen und sie auch wieder abholen. Aber das sind Kinder. Erwachsene verhalten sich anders. Erwachsene verstehen den Kreislauf des Lebens. Erwachsene brauchen keine Vögel dazu. Noch dazu große, schwarze Vögel, um noch weitere Stereotypen zu bedienen. Erwachsene versuchen die Realität zu verbessern, um für alle ein besseres Leben zu ermöglichen. Besser sowohl in gesundheitlicher als auch emotionaler Hinsicht. Sie fragen sich, weil Sie beschäftigt sind mit diesem Wunsch nach mehr. Mein Nachbar hat das Auto, ich brauche ein schöneres. Da kommen erstmal keine Autos vor. Kleinkinder spielen mit Autos, Erwachsene nicht. Wir beschäftigen uns mit der Realität, den wichtigen Dingen, indem wir rational, logisch und vor allem kritisch denken. Mit dem Verstand, unserem Gehirn. Denn wir haben mittlerweile kapiert, das Denken im Hirn passiert und nicht im Herzen. Was genau ist denn verkehrt, wenn wir uns Gelüsten hingeben und nach Impfstoffen suchen, die Realität erforschen und versuchen, unsere Umgebung zu verstehen? Ist das nicht besser und befriedigender, als dauernd zu sagen, weiß ich nicht, hat Gott gemacht? Der Islam hat keine Antworten auf meine Fragen. Die Islam-Apologeten haben doch den besten, stärksten, größten, weiß ich was, aller Götter an ihrer Seite. Wo also bleiben die Antworten? Danke für die Zeit und ich hoffe, es gefällt ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao for now. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020